In dieser Folge bei Familie Einhorn. Habt ihr Lust, Feuerholt sammeln zu gehen? Dann können wir heute Abend ein Lagerfeuer machen. Oh ja. Sammy, was bellst du denn so? Oh, schau mal, Maya. Da sind ganz komische Fußabdrücke auf der Erde. Ah, Papa, ich hab Angst. Wir sind Paul, Maya, Mama Simone, Papa Ben und Sammy. Willkommen bei Familie Einhorn. Gefährlicher Urlaub. Endlich da. Maya, Paul, helft doch bitte beim Auspacken. Und danach könnt ihr euch ein Bett aussuchen. Ich schlafe oben. Nee, ich will oben schlafen. Jetzt helft doch erst mal beim Auspacken. Einer von euch kann ja die ersten paar Nächte oben im Bett schlafen und dann wechselt ihr. Okay? Okay, Papa. So, jetzt wo alles verstaut ist, habt ihr Lust, Feuerholz sammeln zu gehen? Dann können wir heute Abend ein Lagerfeuer machen. Oh ja, können wir Stockbrot im Feuer machen? Na klar, ich habe auch Marshmallows mitgebracht. Die können wir im Feuer schmelzen. Mh, lecker. Okay, dann geht ihr jetzt schön mit dem Papa mit. Bleibt bitte immer an seiner Seite und verlauft euch nicht. Nehmt doch auch Sammy mit. Ich bereite den Teig für das Stockbrot vor. Machen wir. Bis später, Mama. Schaut nach trockenen Zweigen und Ästen. Die brennen am besten. Sammy, was bellst du denn so? Sammy, bleib stehen. Paul, Maja, wartet. Was hast du denn, Sammy? Hier ist doch niemand. Oh, schau mal, Maja. Das sind ganz komische Fußabdrücke auf der Erde. Sieht aus wie eine riesengroße Hundetatze. Was ist denn los? Papa, Sammy bellt die ganze Zeit. Und guck mal hier. Das ist eine riesengroße Hundetatze. Oh nein, das ist keine Hundetatze. Das ist eine Bärentatze. Kommt, wir gehen lieber ganz schnell zurück. Ah, Papa, ich hab Angst. Habt keine Angst, euch passiert nichts. Geht langsam zurück. Hey, alles gut. Ich tue euch doch nichts. Oh Gott, du hast uns fest zur Tode erschreckt. Was machst du denn da am Gebüsch? Oh, Entschuldigung. Ich bin Ranger Frank. Ich war auf der Suche nach einer unserer geschützten Bärenen. Sie ist schwanger. Und ich wollte nur sicherstellen, dass sie gesund und wohl auf ist. Ihr braucht keine Angst haben. Alle Bären hier sind mit uns aufgewachsen. Und sie sind nicht gefährlich für Menschen. Ach, da bin ich aber beruhigt. Wir haben die Bärenspuren gesehen und ich hatte Sorge, dass ein Bär aus dem Gebüsch springt. Nein, nein. Die sind ganz harmlos. Ich mache mir aber wirklich Sorgen um die schwangere Bären. Ich muss sie unbedingt finden. Können wir Ranger Frank dabei helfen, Papa? Bitte, bitte. Ich will so gerne einen Bären sehen. Na gut, aber diesmal bleibt ihr an meiner Seite und rennt nicht einfach so davon. Juhu, danke, Papa. Okay, dann lasst uns auf die Suche machen. Vielleicht kann Sammy uns ja helfen. Hier, Sammy. Schnuppert mal an diesem Fußabdruck. Sehr gute Idee. Dann folgen wir jetzt einfach mal Sammy. Schaut am besten auch mal nach kleinen Höhlen oder Feldspalten. Da versteckt sich die Bären am liebsten. Da vorne, da bewegt sich was hinter dem großen Stein. Lass mal sehen. Ah, vielleicht. Ah, da ist was. Das hast du toll, Erspät. Das ist die Bären. Vielleicht solltest du Ranger werden, Paul. Komm, wir gehen ein bisschen näher ran. Oh, sie ist nicht mehr schwanger. Da ist ein kleines Bärenbaby neben ihr. Oh, wie süß. Und beide sind gesund und munter. Da bin ich aber froh. Danke, dass ihr mir geholfen habt, sie zu finden. Da hat unser Urlaub doch schon toll angefangen. Paul, Maja, kommt. Jetzt müssen wir aber noch schnell ein bisschen Feuerholz sammeln, bevor es zu dunkel wird. Sonst können wir keine Marshmallows und Stockbrot machen. Aber da helfe ich euch doch. Ihr habt mir geholfen. Jetzt bin ich dran, euch zu helfen. Dann sind wir schneller fertig. Danke, Ranger Frank. Das ist wirklich lieb. So, das sollte jetzt genug Feuerholz sein. Danke nochmal für deine Hilfe, Ranger Frank. Papa, kann Frank mit zum Lagerfeuer kommen und mit uns Stockbrot essen? Wir wollen auch so gerne ein paar Abenteuergeschichten von ihm hören. Na klar, wenn er damit einverstanden ist. Da würde ich mich ganz doll freuen. Ich liebe Marshmallows. Ihr wart ja lange weg. Ist alles gut gegangen? Mama, du wirst es nicht glauben. Wir haben eine Bärin und ein Baby gesehen. Und wir haben Ranger Frank im Gebüsch gefunden. Er isst jetzt mit uns Stockbrot und Marshmallows. Ach, wie toll. Willkommen, Ranger Frank. Danke, dass ich hier sein darf, Frau Einhorn. Es ist mir eine Ehre. Das war ein richtig schöner Tag. Ja, ich hoffe, der restliche Urlaub wird genauso toll. Auf einen wunderschönen Urlaub. Jetzt lasst euch das Stockbrot schmecken. Wenn dir das Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und abonnier unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video.